ich mache seite 126 die aufgabe 12 die ist auch wirklich nicht so einfach da hier geht's los thomas ist elfmeterschütze seiner mannschaft zu spielbeginn beträgt seine treffsicherheit 95 prozent und die sinkt mit zur 90 minute linie auf 65 prozent entscheidend ist das wort linear eine lineare funktion linear da meine ich y gleich mx plus t die treffsicherheit geht nach einer linearen funktion so ich habe zur 0. minute ich habe dann so punkte zur 0. minute 0,95 ja also das ist die zeit und das ist dann p von treffer und zur 90 minute habe ich eine treffsicherheit von 0,65 was hier gegeben ist sind zwei punkte ja immer mit x y x y und wenn ich eine jetzt als gerade vorstelle habe ich so eine sinkende gerade das ganze ist ja was lineares x y zeit 0 zeit 90 hier ist 0,65 hier ist 0,95 also noch mal langsam zum start hat eine treffsicherheit von 95 prozent zum schluss eine treffsicherheit von 65 prozent und während des ganzen spiels nimmt die treffsicherheit linear ab wenn ich also die funktion kenne dann kann ich die wollen das wissen genau hier zehnte minute zehnte minute also wo bin ich hier bei der zehnten minute ja wo muss ich hier hin und dazu muss ich diese funktion aufstellen also y gleich mx plus t nja t ist der y abschnitt das ist hier also t ist 0,95 und m ist das steigungs dreieck das heißt m gleich hoch durch quer ich habe hier machen wir so ein bisschen mehr platz so hier also 0,95 minus 0,65 und es muss ein minus sein weil es fällt durch 90 okay da bekomme ich m gleich minus 1 durch 300 und damit habe ich die ganze funktion y gleich minus 1 durch 300 mal x plus 0,95 das heißt ich muss bei der aufgabe a nur noch einsetzen nenne ich eine funktion g g von 10 das war die zehnte minute setzt die 10 ein und was bekomme ich 11 12 11 12 sind ungefähr 0,92 also 92 prozent und g von 70 ist 43 60 also ungefähr 72 prozent dass die a jetzt bei der mit welcher wahrscheinlichkeit verwandelt er nur einen elfmeter jetzt kommt der baum ich habe hier zwei elfmeter also treffer niete treffer niete treffer niete treffer niete hier ist der start er hat beim ersten elfmeter eine treffer wahrscheinlichkeit von 0,92 damit die niete 0,08 beim zweiten haben wir 0,72 treffer wahrscheinlichkeit das heißt 0,28 nieten wahrscheinlichkeit die habe ich hier auch 72 0,28 bei jetzt lesen wir mal den die a mit welcher wahrscheinlichkeit verwandelt er stoppt das die b doch mit welcher wahrscheinlichkeit verwandelt er nur einen elfmeter das heißt ich bin bei diesem pfad ok und dann mache ich einfach bei a p von beide ist 0,92 mal 0,72 ist ungefähr was kam raus 66 66 prozent b so verwandelt er nur einen elfmeter da habe ich jetzt zwei pfade exakt einen glaube ich nochmal nachlesen nur einen jahr genau also hier nicht so höchstens oder mindestens oder so zeug sondern wirklich einen elfmeter also treffer niete oder niete treffer dieses oder es plus also die die einzelteile werden multipliziert also ich mache 0,92 mal 0,28 plus 0,08 mal 0,72 genau musterlösung 32 prozent genau ist gleich hier sind wir 32 prozent und das war p von nur ein treffer ok und ich glaube jetzt versteht ihr die andere mit welcher wahrscheinlichkeit verwandelt er beide elfmeter und so weiter bei der dora müsst ihr noch ausrechnen p also dem nein die die gerade g also g von 89 welche wahrscheinlichkeit habt ihr und dann kriegt das hin gut